Ja, ist denn schon Weihnachten? Nein, es ist mitten im August. Wir sind in Österreich, nämlich in Vorarlberg. Ich grüße dich. Du bist der? Ich bin der Josef. Guten Abend. Wir machen jetzt heute Abend eine tolle Musik da für die Gäste. Es ist ein herrlicher Augustabend. Und ich glaube, wir gehen jetzt auch hinein und drinnen ist es natürlich noch gemütlicher. Und der Wilfried wird da auch seinen Teil mithalten. Servus, Wilfried, mein Name. Ja, ich arbeite schon viele Jahre am Campingplatz. Und es ist sehr schön da, abwechslungsreich. Wir haben viele Gäste da von überall her und machen immer ein bisschen Spaß da, der Chef und ich. Und dass die Gäste ein bisschen zufrieden sind mit uns und wir hoffen, dass sie immer wieder mal herkommen zu uns. Genau, ich zeige mal gerade, wir sind wirklich auf dem Campingplatz. Ihr habt den ganz hervorragenden Campingplatz, der ist terrassenförmig angelegt, haben wir ein großes Video gemacht. Wir gehen jetzt mal rein. Ihr habt eine gute Stube, so ist es. Da kann man einen Blick nach außen und ich werde mal eins machen. Ich gehe mal vor, dass wir die Gäste nicht gleich ablichten, die da drin sind, denn die wissen noch nichts von unserem Glück. Kommt mal mit, denn es ist wirklich richtig schön hier. Es ist Anfang August 2021, zwei Stars, die wir hier haben. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir niemanden draufkriegen. Am besten stellt ihr euch mal hier hin. Genau, das ist klasse. So, wir haben eine kleine Überraschung, kommt nicht aufs Video, sondern die beiden werden jetzt mal ein bisschen modifizieren für euch. Ist das okay? Ja, wir singen jetzt ein schönes Lied vom Nenzinger Himmel, das Mengbachtal. Also Nenzinger Himmel hat mehrere Namen, das ist einmal Nenzinger Himmel, Gampardonertal und auch Mengbachtal wird es genannt. Und da gibt es ein sehr schönes altes Lied und das heißt, das Mengbachtal-Lied, das singen wir immer gerne den Gästen. Ich denke, die Gästen sind auch immer sehr happy, wenn wir das singen, oder? Ja, gut, singen wir. Du schönes Mengbachtal, ich lass dich grüßen, ich grüße dich viel tausendmal. Du schönes Mengbachtal, ich grüße dich von Ferne, aus weiter Ferne grüße ich dich. Deine Alpen, deine Täler, das wilde Rauschen vom Mengbacht her. Deine Wildheit, dünendes Wasser, gehende Tiefe, ja, das lieb ich so sehr. Du schönes Mengbachtal, ich grüße dich von Ferne, aus weiter Ferne grüße ich dich. Die Alpe, die Alpe, das schöne Panü, der Blick zum Felser, dort zieht mich hin. Frohe Menschen mit gutem Sinn und der Adlers Stingel, der Himmel liegt. Du schönes Mengbachtal, ich grüße dich von Ferne, aus weiter Ferne grüße ich dich. Aus weiter Ferne grüße ich dich. Applaus, Applaus, Applaus. Das ist gut. Sag mal, wenn ihr, Zugabe höre ich jetzt gerade, wie lange könntet ihr singen, theoretisch? Also wir können eine Weile singen. Wir können den ganzen Abend singen. Die Kondition passt, oder? Die Kondition passt schon, wir gehen schon Gast. Du, ich kenne dich doch aus dem anderen Video, oder? Ja, genau, aus dem anderen Video, hinter der Rezeption, bei der Arbeit und jetzt am Feierabend genießen. Jetzt hörst du den beiden Herren mal zu. Die machen es gut? Die machen es ziemlich gut, ja. So, das nächste Lied heißt? Was singen wir? Sollen wir das Prägenzer Lied? Da haben wir den grünen Tannen. Was sollen wir? Das Prägenzer Lied. Okay. Das war das Prägenzer Lied? Das ist verprägend, das ist ein wunderschönes Lied und ja, ganz was Besonderes wird sehr selten gesungen und das kennen nicht viele. Und wenn der Morgen auf unser Städtchen lag, werden Fenster und Läden aufgemacht, dann geh ich langsam zur Oberstadt empor, die Sonne strahlt durchs liebe alte Tor. Die Linden rauschen ihr ewig neues Lied. Von der Erinnerung, von Sehnsucht und von Lied, wenn ich dann droben am Marlinsdurme stehe, da kommt mir immer wieder in den Sinn. Beim alten Stadttor am Ehrer guter Platz hab' oft gewartet, auf dich, mein lieber Schatz. Wir gingen weiter nach zum Gewadwerk hinauf und Herr Bodensee grüßt zu uns herauf. Bei dir gleich sprachen wir, ich hab dich ja so lieb, warum die Zeit vergeht, ach wenn es doch so blieb, zwei Störche zogen am Abend Himmel her, schöne Jugend, warum bist du dahin? Nun wird es Abend, die Sonne geht zurück, wir schließen Fenster und die Läden zu, dein Hältchen halt ich noch fest in meiner Hand und räum zu dir ein zartes Liebesband. Die Schwalben zwitschern in ihrem warmen Meer, sie haben heute ein kleines Hochzeitsfest. Vom Hafen kommt der Möbel, letzter Schrei und draußen geht dein altes Lieb vorbei. Bei alten Stadttor, hurra, hera, guter Platz, hab oft gewartet auf dich, mein lieber Schad. Bei dir gleich sprachen wir, ich hab dich ja so lieb, warum die Zeit vergeht, ach wenn es doch so blieb, Zwei Störche zogen am Abend Himmel her, schöne Jugend, warum bist du dahin? Schöne Jugend, warum bist du dahin? Applaus! So, vielen, vielen Dank! Sag mal, ihr singt das so gut, man hat das Gefühl, ihr kennt euch schon lange, oder? Ja, wir kennen uns ja schon fast über 35 Jahre, zum Singen natürlich, er arbeitet ja, du bist ja schon in der Familie integriert bei uns am Kämpfeplatz, du bist ja schon fast 30 Jahre da und er kennt natürlich alles hier und weiß alle Gegebenheiten und wir haben auch viel Spaß mit den Gästen und somit können wir uns ja ein bisschen unterhalten, am Berg oben, er kann ja natürlich noch alleine ein paar wunderschöne Lieder singen, das ist ja klar, also das ist schon was Besonderes. Wenn ihr Lust habt, kommt mal hierher, Alpencamping.at, wir haben ein extra Video gemacht, da hat übrigens schon 11.000 Aufrufe, aber ganz toll, vielen Dank! Ja, macht das! Und noch einmal Applaus bitte, Applaus, Applaus, Applaus! Dankeschön! Tschau! Prima!